Ohne T-Shirt spielen, ich hab einfach jetzt schon Aufnahmen an. Ich kann das einfach raus sagen. Ja, okay. Drei, zwei, eins. Ich mach's am laut, okay? Drei, zwei, eins. Hey Leute, herzlich willkommen zu Bambus-Warum mit Zweck. Hallo, ich bin... Digga, scheiße, ich moin grad dusch, Digga, ich hab kein T-Shirt jetzt grad an, Digga, mir ist kalt. Alter, fuck. Ich starte dein Pass, Digga. Digga, wir starten in ein paar Worte, der ist geschrieben. Na, ist egal, ist egal. Jungs, wir starten in ein paar... Ey, warte, welchen Bau nehmen wir, hallo? Der, den hier vor uns, den kleinen da, oder? Ne, lass den hier rechts sehen. Okay. Den da. Ah, der weiter hinten ist, oder? Also der so links ist. Wenn ich jetzt irgendwas verkackt hat, dann bist du schuld. Den da. Ich nehm oben. Wir haben 60 Sekunden, müssen wir Steinschert oder Holzschert machen? Nein, 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 wir machen Holzschwert und ziehen da durch. Oder sollen wir? Nein, du machst jetzt Holzschwert. Oh Gott, es leckt. Ja, natürlich, wie so schrecklich jemand da ist. Hier. Komm. Warum ist das Gower dein Geschehen am halber Bildschirm? Mann. Tschüss. Profit ist ein Kühl, lass dich mal kurz mit in der Bitte für Food. Mh, 30 Sekunden, ne? Ja, einfach eine Minute. Der Fände in mir steht da. Ja, aber ich tschüss, weiter geht's. Oh. Hey, die Target. Wir leben noch. Wir leben noch. Ey, der Target hinter uns, ne? Hinter uns ist ja der Targeted. Äh, ja, der Targeted. Äh, komm mal ein bisschen weiter. Ähm, ja, das ist halt jetzt ein bisschen... Spirk, die Targeten. Das ist halt jetzt ein bisschen... Falko hat ein Kill. Das ist halt, das ist halt jetzt ein bisschen scheiße, weil das ist wirklich jetzt Target. Waterfight. Wenden ist Zuckerrohr. Lass mal Waterfighten oder so. Ähm, ja, das gibt halt so oder so Revival, die uns getargetet haben. Die man das Targeted nicht jetzt erlaubt ist, ne? Ich hab da auch irgendwie Angst gerade vor. Lass mal hier rechts lang. Äh, schweiß auf das Zuckerrohr. Nö. Den Piepen, der. Ey, soll ich mir... Lass hören. Warte, ich fände mal ein bisschen movement so. Damit du so bei mir bist. Ist das dumm. Jetzt könnt ihr mir turnen. Jetzt. Ah, Stein schwert. Ein Stein schwert. Das ist Virinio. Lass mal Friede machen. Komm weg, komm weg, komm weg, komm weg. Gibt ja nicht so Bock. Nein, 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 die machen. Die machen. Jetzt hab ich ein Schwein getötet. Die machen, die machen. Das fooden. Ja. Äh, das aber direkt hinter dir. Der kriegt gleich einen Hit. Soll er nicht bekommen. Ich hab gefodert. Ich muss auch dann, weil wir halt fooden, denke. Oh, ich bin mal, die sind wir, die wollen dich. Die wollen sich, die wollen sich, die wollen dich. Es lag. Ja, beide steigte, oh shit. Die sind so tot, ne? Geht mal weg hier, Jungs. Ab, ich sag dir, dann, bata, ja. Er kriegt gleich einen Hit auf dich. Ein Crit sogar, glaube ich. Oh, sie gehen weg. Ey, das sind immer noch welche. Ja, ich geh weg. Lauf mal. Das ist Cat, oder? Komm mal, hier links, komm mal hier links. Nein, das ist wirklich. Das ist hier links, komm mal links. Die gehen auch auf uns, aber was ist denn mit oben? Das ist Z-Flo, Digger. Wieso gehen alle auf uns? Und Z-Linus. Ach, Junge, renn einfach, Digger. Ey, jetzt geht mal verkürt, Digger. Ich hab nicht mehr. Ey, die, 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 die sind jetzt... Die sind einfach kühl, die sind einfach kühl, die sind einfach kühl. Komm, 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 komm. Weg, einfach, weg, einfach, weg, einfach. Komm einfach weg. Ey, ich will, wir sollen noch... Wissen, so? Ey, ich... Wenn du... Ich bin auch bei der Weihm, wir sind mal weg von... Ich bin auch bei der Weihm. Wir sollten mal weg vom Spawn gehen, ne? Das ist doof. Ja, ich weiß, wie sind ein paar Kühe. Lass sie noch kurz mitnehmen. Hier ist grad wirklich gar kein Ding. Ich stehe so gut gerade drauf. Das ist so gut gerade drauf. Du, bitte. Ey, guck mal, guck mal, Jungs. Nichts von dir waren gerade, Leute. Willst du jetzt einfach dafür... Ey, hier ist dieses Zuckerrohr, ich hole das, ne? Das ist mir scheiße. Nein, 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 das sind doch wie Rindion, so, bitte nicht. Nö, die sind hier nicht. Dann ziehe ich durch, tschüss. Komm, wir haben viel Zuckerrohr. Ähm, Lucky Slender Heft, das Left, das Server als Spectator. Ja, ich bin da. Wir sind da welche? Das ist ein Schmiede. Nein, die haben wir abgebaut, das ist ein Schmiede. Hast du denn nicht das Food mit? Nimm das Food mit, nimm das Food mit. Nimm alles ein Food hier mit. Da vorne steht auch einer. Der Solo ist ein Eisenbruch. Hinter uns. Komm, rennen weiter. Renn weiter. Komm komm. Oh, jo. Das ist Jaisen. Her requirels. Das ist protectious. Äh, sich sein halt auf. Das ist erzahn, erzahn Lundry. Ja, ja, kenne ich auch. Ein guter Freund von mir, den kenne ich. Das scheiße. Ja, das sind eigentlich alle hinter uns. Ich schreibe in die Folge 30 Gegner gesehen Ach, in Lavasee? Ja, Junge, aber wirklich Ich bin hinter uns, aber doch, er ist noch fett hinter mir Analyse einfach Ich wut jetzt ein bisschen, soll er rankommen Komm jetzt Guck mal, wenn ich schon wieder vorne bin Ey, können wir bitte turnen? Der Solo Ey, ich... Ja, ja Ey, komm, wir finden mal ein bisschen Move, aber dann warten wir so ein Stück Aber war ja ein Kill Falko hat 3 Kills, er ist der Beste Geh mal weg Komm mal zurück, zurück Komm mal zurück, Digga Wart mal hier Na komm mal mit, komm mit Raku ist tot, gönn ich Renn weiter, renn weiter, renn weiter Ich gönn's Raku grad, dass er tot ist, Digga Weil er mich... Sneak, sneak Jetzt Schön Jetzt können wir ihm hinterher Schön Warum rennen wir eigentlich von nem Solo weg? Du bist alle decken, wir sind scheiße Ich hatte das niemals hoch Digga die decken, alle sind scheiße weil wir von Solo weglaufen Hallo Oh kranker Block, Digga Jörg 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 Was ist denn da? Schaut mich gleich Er kann sich nicht auflegen Er muss auch gleich fuden Ich bin ein Killerarm Soll ich jetzt fuden? Ich füge mich fud jetzt Damit du weiterhin kannst wenn ich fuden muss ich habe kein richtiges gut man kann aber nicht lange aber ich habe auch eine karotte ab ja schön hat er hat neulich auch für die spaz hat neulich auch für zweck hat neulich ja ja das ist ein steinschwert machen hier vorne ich habe eine picke und sein steinschwert wir müssen schon schnell steiner bauen der arme das war so ein bisschen ein richtiger wichser move den ich gemacht habe und dann ist die das ist das ist das ist der steiner bei lasst dich schnell ich bin auf einer fall noch zweieinhalb gewesen war hast du gedacht mir für fährt gezogen ja ich habe die karotten hier der hat nur normales gefühlt ich brauche auch bekomme eine werkbank oder so ich brauche schnell stein für dich ab 1 2 ich hab meine gamle gemacht ja wie man sind egal ich wusste ich könnte jetzt jeden der stirbt da so lange wir nicht sterben ich glaube ich kann nicht sehen hier hier hat der zuckerrohr ich habe aber so 13 leder dafür was ein bisschen so viele kühe auf der map hinten sind kür ganz jung wie viel ich hab ja wieso hat er eigentlich eine holzschaufel da war ich auch scheiße geht es nicht ernst ich weiß es auch nicht okay warte ich gehe mit der holzschaufel jetzt die kühe hier ich habe 40 food alles gut ich bin die holzschaufel um den typen den wir gekillt haben wir sind 1300 blöcke weg wie groß ist denn die border ich glaube wir sollten irgendwo mal hingehen wie viele haben wir jetzt gesehen wir haben wir reden hier und sein mate gesehen ja irgendwie zehn leute gesehen und wir haben zitiert linus gesehen ja ich glaube ich habe schon die hälfte vom server gesehen runter oder so er ist noch mehr zugroht da ganz hinten der junge ist genau an da wo man das ist aufhört ich habe 16 an ich sehe es auch da jetzt hieß der blog ich mache jetzt ich mache jetzt um den typen die gilt haben siehst du mich was den typen wie gekillt haben guck mal er spricht drunter ich hab's doch reingeschissen ich hab's doch reingeschissen oh fuck digger der arme was soll hier weiter geht ich hab mir nochmal zu dora hä? ok gecallt einfach ich will eigentlich jetzt mal Eisenstuff machen wenn ich Leute fighten naja helft äh war ein halber call wir haben kill das ist alles super wir können wirklich 36 food mit runter nehmen das ist so krank was ein panda gemacht er hat die äh mobs spawn rate mit der mit der mit der ich hab jetzt schon 40 leder fast ne pandat einfach die mobs spawn rate mit der mit der fuß spawn rate verwechselt die gabe findet Gott an jeder war kotz und mit dir ja ja der feld ist auch oh freigold 4 kills habe ich jetzt tot äh äh 8er range können wir äh im sporg gehen fährt auch so ja ich sag's auch zurückgehen das war wirklich so lange machen auch nur jetzt muss ich das denn noch schneiden wegen dem kill auch warum musst du denn uns den kill geben man hält muss das sowieso schneiden wir fünf leute gesehen haben wissen nicht warum wir es nicht schneiden sollten ich habe gehofft das in gefütterung getroppt oder was ich wollte so sehen gespeakten und dann habe ich auf einmal so ein röpseite hatte ich gefüttert wir sind bäume das sie mal abbauen ab runter gehen und da ist es doch wenn ich die augen bitte das ist ein babyzombie bitte nicht angreifen da hinten ist er hallo ich sag dir jetzt kommt gleich hier wer ich habe angst irgendwie ich sehe schon kommen vielleicht noch mal zwei bei ich schriftige falko also du bist ja schon ab mit auf dem server ich würde schon sagen ist ja ja haufe deine faust nicht blutig drei blöcke vom schicken creeper ja leute das was mit der ersten folge bewertet und tschüss 321 leute jetzt zum zweiten teil wir wurden zurückgepackt und perfekt und diesmal auch mit dem richtigen mikrofon ich habe mich an wie ein pilot alter ey fuck hast du das zuckerrober sogar vorhin abgebaut hast du noch äh na geh mal holen geh mal holen ich hab doch zuckerrober hast du auch das von vorhin ach da hinten ja warte moment na geh du das mal holen ding aber pass auf dass bei dir keiner kommt ja wer nett sterb ich an den creeper holt wirklich ist es wieso haben wir jason getötet ach mal die letzte folge war so witzig letzte folge war so witzig aber ich habe mich einfach an wie ein pilot das ist immer noch diese folge aber alles gut ach digger warum haben wir jason getötet das ist scheiße was scheiße digger ich wollte jason nicht töten ich habe sogar noch gesagt ähm ich fühl mich gerade ein bisschen unsicher hier alleine gerade so also ich weiß nicht wie ich mich gerade fühle ich bohle holz ab digger aber es ist die nächste in der nacht digger ich hab Angst ich hoffe wieder volles name gewesen grad oder aber echt ich habe mich so anders welches war im autobanktunnel in der ersten oh man digger ich kann das alles nicht mehr warum muss ich jason getötet warum musst du jason töten ja sag ehrlich ähm wer hat wen getötet was warum hast du jason getötet ach ich hab jason getötet ja das war jason der getötet oh scheiße digger ich sag mal ich sag sogar noch der sieht aus wie just to save jason und so digger dann ist das einfach ach man er hat uns angegriffen er hat geschrieben er wollte ich sterben aber es ist trotzdem scheiße ich wollte jason nicht töten ja aber junge ich bin auch leider bist du eigentlich der gr wird mein einziger und letzter kind wirklich wunder bin ich du bist du 13 ich komm zurück du bist du 13 ich komm zurück vom pfeil tschüss zweck ach ich bin hinter dir da ist ein creeper ach creeper alter wir starten hätten wir jetzt in 30 Sekunden achso diese erziege joint ey lass mal ne cave suchen kurz da haben wir nur 3 Minuten mit der Frage na hä haben wir vor 3 Minuten mit 19 und 6 Minuten da hatten hä das ist immer noch unsere erste Folge ach soll ich das reinschneiden in die ja natürlich ach junge ja weiß und feiert sie gestorben und very good ninja auch ach jetzt ist das aufgefallen ich bin ein feifert wo bist du jetzt schon wieder hin ich bin dann links zu den bäumen gegangen weil ich wollte unter unter runter unter aus dem dorf was aus dem dorf hä ich kann nicht was printen scheiße das ist schon vorher glaub ich das gibt's nicht also bei mir sieht das richtig unflüssig aus jetzt hätte ich über 30 fb aber warum blind eigentlich so davon ist wer nicht hat wenn wir so verrecken komm mal mit muss er erstellt hier hat noch dass er weiter im turm im turm im turm eben turm das waren die wildscher ich habe gerade gedacht das war es in einem ach so wo ist der hallo ich mich stress wer steht der unter mir so bachstod das würde ich jetzt auf gefühl dass wir in die kelle jetzt hin dass wir in die kelle keine ahnung kann sein lassen die kelle bitte gehen denke ab kann ich habe kein ich habe ein bisschen was es reicht aber erst mal das war das eine gekauft ja ich gebe das einen abtiger ist das geht gut so was ich mache hier bei ihr zu tun auch eine weg bin ich mache ich doch schilder mal stelle ich hatte doch ein stein begeistern holz ich habe schon eine das macht geholz m mit derzeit durchfohlen durch die kälte ich bin auf jeden fall die drei folgen ja ja und jetzt muss der schon fertig die die vierte marcel hier ist wirklich sechs leute jetzt gesehen ich habe das endlich mal aus dir ja ich nicht muss man kann mal gleich hoch stellen ich bin noch mal erinnern nach der folge doch mal wenn ich auch vergessen werde jetzt ich kann es abbauen okay das ist mit der folge und tschüss